Hast du Hunger, Mausi? Keil gemacht! Wie gut schmeckt das denn? Oh mein Gott, das ist aber lecker! Das schmeckt aber gut, ne? Oh, das schmeckt ihm so köstlich! Guck mal, wie es ihm gut schmeckt! Mmmmm! Yummy! Lecker! Willst du mehr? Und das ist die Mutter! Leila, schmeckt ihm Mausi das? Schmeckt ihm nicht? Oh, weißt du das? Was hat denn der gemacht? Der hat das... Der hat das... Der hat das... Ist es ekelhaft? Nee, Kind! Ist es ekelhaft noch? Und das willst du nicht essen! Es gibt immer Möhren! Oder eine Banane oder was Leckeres, ne? Guck mal, immer noch kommt es ihm hoch! Was war es denn? Lass uns mal sehen, was es ist! Schick mal die Lule! Schick mal die Lule! Waren da Brocken drinne? Äh... Was denn? Ich hab deine Küche schön gemacht, ne? Guck mal, wie ordentlich! Ich hab deine... Ich hab deine Küche schön gemacht! Ja, dann mach sie schön! Beschwerst du dich jetzt, dass die Oma deine Küche aufgeräumt hat? Na, das sind ja manieren! Ich will dich! Ja, sag mal lieber Danke Omi! Zeig mal Mösi, schmeckt dir das jetzt? Wollen wir mal gucken! Okay, we look! Schick! 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 Zeig mal deine Schuhe, Carlos! Zeig mal! Geil! Die sind echt cool! Da sind aber Puckis drin überall, ne? Ja! Hast du schon gemerkt? Äh! Dein nackter Arsch! Nee, Carlos! Nein! Also nein! Also nein! Also nein! Also nein! Also nein! Das schmeckt mir jetzt! Ach, Leila, weißt du? Ich muss dich aufgeräumt! Aber sie war doch aufgeräumt! Omi, hast du doch aufgeräumt! Ja! Räumst du es nochmal neu auf? Ja! Okay! Guck mal! Schön! I love you! Du hast schön geschminkt! Ich zeig mal! Oh, das sieht gut aus! Uh! Gut schmecken! Hallo! Hallo! Ja guck dir! Hallo! Du kleiner Schatz! Was du bist! Ham! Okay! Das ist ja deine Küche! Du darfst dir deine Küche machen, wie du willst, ne? Na klar! Na klar! So! Wollen sie gelesen jetzt was? Ich mach jetzt aus! Die Schule ist schon rum! Aloha! Die Schule ist schon rum! Wir haben doch gar nicht angefangen, mein Schatz! Die Schule ist schon rum!